Grundfamilien können gerne mit ihren Kindern zusammen mit uns zum Beispiel zum Gairanger hoch am Wasserfall entlanglaufen und dort oben dann ein Sportbieter mit uns machen. Sind auch schon. So. Haben Sie noch Fragen? Wie viele Leute sind hier? Wir sind zur Zeit sieben Leute, aber wir stoppen zu den Fähren bis maximal 13 betreuern. Was ist so die maximalige Zahl, die Leute schon haben? Also an Bord können wir bis zu 600 Kinder aufnehmen. Es verteilt sich aber sehr, sehr gut, da wir auch im Kids Club ja unsere Kindergruppen haben. Und wir bleiben nicht mit allen Kindern nur hier, sondern nehmen zum Beispiel auch unsere Arena da zur Platzerweiterung oder auch die Lagune unten am Pool und natürlich den Mehrzweckraum. Also es teilt sich schön auf und man merkt gar nicht, dass so viele Kinder sind. Schön. Vielen Dank. Wir gehen alleine rüber dann in die Seite und gucken uns nochmal das Nest an. Genau, ganz richtig.